Also ich freue mich immer, wenn es Dienstag ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Dienstag ist ein toller Tag, da gibt es jede Woche Taschengeld und es ist inzwischen auch schon auf Ihrem Konto angekommen. Das heißt, alles das, was Sie in der vorletzten Woche gemacht haben, das haben Sie bereits jetzt wieder auf Ihrem Konto zur Verfügung, beziehungsweise zumindest auf Ihrem IP-Out-Konto und können sich das dann auf jedes Konto, was Ihren Namen trägt, auf dieser Welt übertragen lassen. Es gibt viele tolle Neuigkeiten von der Kreuzfahrt bei Live Wave, was sich alles getan hat, was sich alles noch tun wird in nächster Zeit. Ich finde, man kommt aus dem Erstaunen eigentlich überhaupt gar nicht mehr raus. Und hier mal ganz kurz die ersten paar Eindrücke. David mit seiner Frau Christina, das bin ich. Das ist hier zum Beispiel Kurt Wendler-Rotenberger, mein erfolgreichste Frontline, wo sich dann erklärt, warum Matching-Bonus so eine schöne Sache ist. Und wir starten gleich durch. Wir haben vier neue Starter-Pakete. Hört sich viel an, ist aber eine Vereinfachung, denn im Endeffekt sind es ja nur drei Pakete anstelle von sechs. Denn das Starter-Paket, in dem man schlicht und einfach nur die Möglichkeit hat, die Webseite zu bekommen, die Lizenz für ein Jahr zu haben, als Brandpartner für Live Wave tätig zu sein. Denn wenn wir das mal rauslassen, haben wir dann also noch drei Wahlmöglichkeiten, wie man sich registriert, wenn man auch Patches dazu haben möchte. Das sogenannte Core-Paket. Das Core-Paket entspricht dem alten Silber-Paket und kostet netto 280 Euro. Und man hat darin sechs Packungen von den regulären Patches oder, weil wir jetzt alles teilen können durch unser Flagship-Produkt X39 und X49, drei Packungen X39 oder und X49, wie man sich das eben individuell nach wie vor einteilen kann. Es gibt für dieses Paket 180 Punkte und einen Fast-Start-Bonus, also einen Einschreibe-Bonus von 33 Euro. Das Bronze-Paket, was zwischen dem Starter- und dem Silber-Paket war, ist rausgeworfen worden. Ebenso das Platin-Paket. Das heißt, alles, was einfach ist, dupliziert sich um einiges leichter. Das haben wir ja schon in den letzten Jahren häufig erleben können. Deswegen waren wir ja auch mit unseren zwölf Patches irgendwo immer so zwischen 30 und 35 Millionen Dollar im Jahr an Umsatz. Und seitdem wir X39 haben, hat das Unternehmen in den letzten fünf Jahren sich zu einem Giganten entwickelt und wird dieses Jahr die 600 Millionen US-Dollar knacken. Einfach nur, weil das Geschäft simpel und einfach ist. Und wir hatten fünf Einschreibemöglichkeiten zuzüglich des Starter-Paketes, in dem schlicht und einfach nur die Registrierungsgebühr enthalten ist und dementsprechend die Webseite. Und das führt dazu, dass man erstmal etlichen Interessenten erklären muss, was jetzt der Unterschied ist und was sie denn jetzt wählen sollen. Die Wahlmöglichkeit war zu viel und deswegen wurde das vereinfacht. Alle guten Dinge sind drei. Dementsprechend haben wir, wenn wir so sagen wollen, Silber, Gold und Diamant. Das sind eigentlich die drei Pakete, die geblieben sind. Sie sind ein bisschen angepasst worden, weil wir wissen ja alle, dass wir beim Diamant-Paket zum Beispiel keine gerade Anzahl an Patches hatten, wenn man das jetzt auf X39 oder X49 Stammzellenprodukte haben wollte. Und insofern ist das jetzt leicht modifiziert worden, dass alle Starter-Pakete eben nur mit X39 und X49 bestückt werden können, wenn man das eben so möchte. Es sind also alles gerade Zahlen und keine ungerade Zahlen. Die Preise sehen Sie also hier in der nächsten Zeile. Core-Paket, wie gesagt, das ist das Silber-Paket. Das Gold-Paket heißt jetzt Advanced-Paket und kostet netto 508 Euro und gibt 300 Punkte. Vorher waren es 265. Das Premium-Paket ist der Nachfolger oder das optimierte Diamant-Paket und kostet 1663 Euro, also netto, denn die Preise gelten ja natürlich für alle europäischen Länder und es gibt dafür jetzt 745 Punkte. Und dazu, beziehungsweise in diesen 745 Punkten, die werden wieder aufgeteilt, wie das beim Diamant-Paket davor ja auch üblich war, im ersten Monat bekommen Sie dementsprechend also 525 Punkte und dann bekommen Sie nach vier Wochen 110 Punkte und nach acht Wochen nochmal 110 Punkte. Und der Fast-Start-Bonus davon sind 385 Euro. Das Besondere an der neuen Struktur bei Lifehift ist, dass der Fast-Start-Bonus immer derjenige bekommt, zu 100 Prozent, der auch den neuen Partner registriert hat. Macht ja auch Sinn, denn wenn ich jemanden registriere und meine Upline verdient eventuell das gleiche oder mehr, dann kann man sich fragen, was hat denn meine Upline dafür getan, dass ich jetzt als neuer, eingestiegener oder vielleicht als Silberpartner einen neuen Diamanten eingeschrieben habe. Und insofern, die neuen Start-Bonus laufen alle nur direkt auf die Person, die auch den neuen Brandpartner geworben und eingeschrieben hat. Das ist sehr fair und auf der anderen Seite sehen wir ja durch die Anzahl der Punkte, die da reinkommen, dass der Schwerpunkt immer mehr in Richtung Cycles gelegt wird. Wenn wir uns jetzt mal ausrechnen, man könnte sich jetzt ja fragen, ja, Premium, warum soll ich denn jetzt noch ein Diamant-Paket kaufen oder ein Advanced? Denn wir haben nicht nur diese neuen Starter-Pakete, sondern das hat auch eine Veränderung bewirkt im Vergütungsplan von LiveWave. Früher war es ja so, Sie mussten mindestens Gold sein, wenn Sie zum Beispiel Manager sein wollten und brauchten dafür zwei Silber in Ihrem linken Bein und zwei Silberpartner in Ihrem rechten Bein, die alle innerhalb der letzten vier Wochen zumindest 55 BV gemacht haben. Diese Qualifikationen entfallen. Sie können, wenn Sie wollen, mit einem normalen Starter-Paket Senior Presidential Director werden. Das liegt daran, weil ein Unternehmen, was sehr stark wächst, so wie das bei LiveWave ja nun der Fall ist, LiveWave ist das schnellstwachsende Network-Marketing-Unternehmen der Welt momentan, vom Momentum her, da guckt natürlich dann auch ein bisschen die Direct Selling Association, die DSA, und es gab andere Network-Unternehmen, bei denen die Qualifikation, dass man eine bestimmte Anzahl an Patches erworben haben musste, um dadurch qualifiziert zu sein, bestimmte Boni zu bekommen. Das wurde bei anderen Firmen moniert und da LiveWave natürlich von vornherein sich da vollkommen frei aus der Schusslinie halten möchte, sind diese Qualifikationen dementsprechend einfach rausgefallen, sodass wir bei LiveWave jetzt alle wieder komplett frei von irgendwelchen eventuellen Anfeindungen und Kritikpunkten durch die DSE sind. Das heißt, wie gesagt, Sie können als Starter genauso gut Senior Presidential Director werden. Sie brauchen keine Silberpartner links oder rechts mehr, sondern was Sie jetzt brauchen, sind selber, wenn Sie zum Beispiel Manager werden wollen, 300 persönliche Punkte, die Sie im Laufe der Monate oder Wochen akkumulieren. Und wenn Sie 300 Punkte irgendwann mal erreicht haben und in Ihren letzten vier Wochen 55 Punkte erreicht haben, dann haben Sie damit bereits Ihre persönliche Qualifikation erfüllt, um Manager werden zu können, wenn Sie denn in Ihrem linken Bein, wie das vorher ja auch war beim Manager, zwei Personen haben, die ebenfalls 55 Punkte haben und in Ihrem anderen Bein, also links und rechts jeweils, eben zwei Personen mit 55 Punkten. Beim Direktor ist es dann eben so, dass Sie drei Personen brauchen, dreimal Leute mit 55 Punkten. Sie selbst können nach wie vor Starter sein, wenn Sie wollen und können trotzdem Direktor werden, brauchen einen Manager im linken Bein, einen Manager im rechten Bein und drei Personen links und drei Personen rechts, die dementsprechend 55 Punkte Umsatz in den letzten vier Wochen gemacht haben. Das zieht sich nach oben hindurch. Jetzt können Sie sich fragen, ja warum soll ich denn dann überhaupt noch jemanden empfehlen, sich zum Beispiel ein Premium-Paket oder ein Advanced-Paket zu kaufen. Und da ist es einfach wiederum interessant, sich die Preise anzugucken und die durch die Anzahl der Patches zu teilen. Denn der Hauptgrund, sich ein Advanced, also ehemaliges Gold-Paket oder ein Premium-Paket zu kaufen, ist natürlich der günstigere subventionierte Einkaufspreis von den Patches. Schauen Sie sich Gold an, da kommen Sie hier jetzt, wenn wir das mal netto rechnen, auf 84,66 Euro für eine Packung X39 oder X49 noch mal als Beispiel. Viele haben die 113 Euro im Kopf, der deutsche Bruttopreis inklusive den 19% Mehrwertsteuer. Also rechnen wir es auch mal brutto aus. Dann haben wir beim Advanced-Paket, also beim ehemaligen Gold-Paket, 100 Euro und 75 Cent die eine Packung X39 kostet. Sie haben also immer noch mehr oder weniger 12 Euro einen günstigeren Einkaufspreis, als wenn Sie das als regionärer Brandpartner kaufen. Wenn Sie das Premium-Paket erwerben, dann kommen Sie auf 98,95 Euro. Ich rechne das jetzt mal für den deutschen Markt aus. Also es ist der Bruttopreis oder netto 83,15 Euro. Und das ist natürlich dann eine erhebliche Vergünstigung gegenüber dem normalen Brandpartnerpreis von 113 Euro. Das ist also der Hauptvorteil, wenn jemand für sich selber ein Diamant-Paket kauft, dass er die Produkte eben so günstig beziehen kann, wie sonst überhaupt nie. Es wird nach wie vor natürlich die Upgrade-Pakete geben, die dazwischen sind, zwischen Core, Advanced und Premium. Aber Achtung, wenn Sie jetzt einen aktuellen Platin-Partner haben, dann wird der in der Umwandlung nach dem 30. September als Premium-Partner geführt. Denn es bringt ihm ja für die Qualifikation sowieso nichts. Aber das bedeutet, er hat nicht mehr die Upgrade-Möglichkeit von dem ehemaligen Platin auf den Diamant. Die ist dann verfallen. Deswegen, wenn jemand den Preisvorteil nutzen möchte, um nochmal günstig einzukaufen in Ihrem Team, sagen Sie ihm, er möge vor dem 30. September dann dieses Upgrade von Platin auf Diamant machen, weil er danach es nicht mehr machen kann. Und damit hat er im Prinzip, obwohl er das Platin-Paket hatte, sozusagen im System das Diamant-Paket stehen, nämlich das sogenannte Premium-Paket. Okay, also wenn Sie Gold hatten, nur mal als Beispiel, oder irgendwann Gold gekauft haben, dann müssen Sie jetzt auch keine 300 Punkte mehr akkumulieren, um die Qualifikation zum Manager erfüllen zu können, sondern da gilt dann Ihr Gold-Paket, was Sie mal gekauft haben irgendwann. Denn das akkumuliert sich ja auch Ihre Lebenszeit bei Lifehift zusammen, diese 300 Punkte, die man braucht. Aber es ist doch schon mal cool, dass man auch Leuten, die vielleicht gerade finanziellen ausgesprochenen Engpads haben und sich selbst keine Pakete kaufen können, die Möglichkeit geben kann, hier ein Geschäft aufzubauen, ein großartiges Geschäft und mit einem Starter-Paket selber SPD werden zu können. Sie sehen ja, wenn Sie nicht mehr zwei Silber links und zwei Silber rechts brauchen, sondern nur noch 55 Punkte bei vier Personen, dann wird die Wahrscheinlichkeit groß werden, dass Leute schneller Manager werden. Und was ist der große Vorteil? Wir wussten ja, dass wir früher, wenn wir nicht Manager waren, gerade mal zwei Cycle in der Woche ausgezahlt bekommen haben. Und ein Manager darf aber immerhin 30 Mal Cycle in der Woche. Das heißt, wenn Sie Umsatz haben, Sie sind aber noch nicht ganz Manager, weil Ihnen noch was fehlt, ab dem 30. September ist es viel einfacher. Sie sind schneller Manager, Sie sind schneller Direktor und bekommen dann dementsprechend beim Manager bis zu 30 Cycles ausgezahlt, beim Direktor bis zu 50 Cycles ausgezahlt. Immer aktiv müssen Sie selber sein mit 110 Punkten und Ihre Leute im linken und im rechten Bein mit 55 Punkten. Ja, ich denke, das ist eine wirklich sehr, sehr sinnvolle Verbesserung des Vergütungsplans. Es ist einfacher, es dupliziert sich schneller, wir haben eine klarere, schlankere Struktur. Nicht mehr die ganzen Diskussionen, soll ich mir jetzt Gold oder Platin oder vielleicht doch Diamant kaufen, sondern Silber, Gold, Diamant. Das sind die Möglichkeiten. Ein einfaches Geschäft ist immer ein gutes Geschäft. Das nächste Highlight neben dieser Vergütungsplanoptimierung ist ganz klar die Konferenz von LifeAve, die in diesem Fall, sei das Licht heißt. Letztes Jahr war es ja Herz zu Herz. Da wir dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum von LifeAve feiern, wird das der absolute Knaller werden. Deshalb reservieren Sie sich auf jeden Fall in Ihrem Kalender schon mal den 18. und den 19. Oktober. Und wenn Sie dort nicht persönlich nach Dallas fliegen wollen, das kann ja durchaus auch mit Flug und den Tickets dort und Hotelunterkunft für den einen oder anderen relativ viel Geld sein, dann kaufen Sie sich auf jeden Fall das virtuelle Ticket. Das kostet 115 Euro umgerechnet, nämlich 125 Dollar. Und jetzt sagt man 125 Dollar für eine virtuelle Veranstaltung. Boah, das ist aber viel Geld. Sie werden, wenn Sie sich mal ausrechnen, dass Sie dafür 15 Stunden Übertragung bekommen, am ersten Tag acht Stunden und am zweiten Tag sieben Stunden, haben Sie dann einen Stundenpreis von 7,66 Euro. Und wo gibt es für 7,66 Euro ein Training? Und dieses Training wird absolut hochqualifiziert sein. LifeAve lässt sich nicht lumpen. David hat unter anderem zu seinem 20-jährigen Firmenjubiläum seit zehn Jahren ein Produkt entwickelt, was schon seit Längerem fertig in der Schublade liegt. Und das wird dort unter anderem vorgestellt. Da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Es sind ganz hochkarätige Gastredner dabei. Es sind die besten LifeAve-Führungskräfte der Welt dort, die dort referieren, aus ihren Erfahrungen berichten, ihre Tipps und Tricks weitergeben. Also, Sie haben ja alle diesen Newsletter von LifeAve bekommen aus dem August. Da ist der Link drin. In meinem nächsten Newsletter ist der Link dann auch drin, wo Sie sich anmelden können. Dann stellen Sie oben rechts auf der Webseite von English auf German. Dann haben Sie die gesamte Webseite auf Deutsch und können sich auch die Referenten angucken, wer da alles kommen wird. Eine absolut hochkarätige Veranstaltung. Und ich denke, jeder, der bei LifeAve Erfolg haben möchte, was ja gar nicht so schwierig ist, sollte auf jeden Fall sich selbst diese 115 Euro wert sein und sich dafür möglichst bald registrieren. Wir werden demnächst nach Draper fahren, denn LifeAve hat ein neues Welcome Center und Zentrale sozusagen gebaut. Das soll auch ein unglaubliches Ding sein, ist momentan noch nicht eröffnet. Insofern ist das noch ein großes Geheimnis. Aber wenn man bedenkt, dass zum Beispiel der Bühnenbildner von Star Wars die Empfangshalle gemacht hat, kann man sich vorstellen, dass das wieder ziemlich witzig und gigantisch werden wird. Draper ist eine Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern, 30 Kilometer von Salt Lake City. Nein, David ist jetzt nicht Mormone geworden. Das Unternehmen LifeAve braucht einfach gute Führung, gute Kräfte, auch von der Corporate-Seite her, vom Unternehmen und da Network Marketing einfach eine Domäne ist, die bei den Mormonen großgeschrieben ist, die in Utah einfach die weltweite Zentrale Nummer 1 hat, kriegt man dort am besten die Arbeitskräfte. Und insofern hat LifeAve dann auch einen Großteil seiner Belegschaft eben in Utah sitzen, in der Nähe von Salt Lake City genau genommen, eben in Draper. Wir werden berichten von der Eröffnung dieser Veranstaltung in mittlerweile auch schon wieder fünf Wochen. Und damit sind wir schon beim letzten Highlight. Es kommt ein neues Produkt. Und dieses neue Produkt ist nicht ein neues Patch. Nein, es ist eine komplett neue Gesundheitstechnologie, was wie David auf der Kreuzfahrt schon verraten hat, absolut einzigartige Vorteile bietet, die kein anderes Gesundheitsunternehmen auf der Welt bis jetzt anbieten kann. Bereits jetzt gibt es fünf abgeschlossene klinische Studien zu den Produkten. 100% messbare Resultate bei 100% aller Probanden bereits nach 15 Sekunden. Es ist etwas, was mit X39, wie David selber sagt, Wunderheilungen vollführen kann. Wir wissen alle, das Wort Wunderheilung, das ist vielleicht für David Schmidt in seinem Wortschatz gut, für uns nicht. Ja, das wollen wir uns gar nicht erst merken. Aber eine komplett neue Gesundheitstechnologie, die offensichtlich sehr viel versprechen lässt. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, was da kommt. Deswegen auch melden Sie sich an für die virtuelle Convention. Be the Light sei das Licht. Und schauen Sie, was da im Einzelnen kommen wird. Ich bin jetzt bei Live-Health seit 19 Jahren. Das Unternehmen wäre, wie gesagt, immer zwischen 30 und 35 Millionen. Aber was da jetzt passiert in den letzten Jahren, das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, wir können uns alle auf die nächsten 20 Jahre freuen, was da noch vor uns liegen wird. Das war im Prinzip schon die kleine Aktualität sozusagen, was es Neues zu berichten gibt. Momentan freuen wir uns alle. Auf der einen Seite die, die Platin sind, jetzt noch mal dazu zu bewegen, auf Diamant abzugraden, damit sie möglichst preisgünstig ihre weiteren Produkte erwerben können. Und die, die eben jetzt noch nicht so groß starten wollen, die sollen sich freuen, dass sie bei jeder neuen Premium-Einschreibung von vornherein die 385 Euro komplett bekommen. Und alle können sich freuen, dass durch die höhere Punktzahl natürlich leichter gecycelt wird. Und der Cycle-Bonus ist natürlich der Kern unseres Geschäfts. Und wir alle können uns natürlich freuen, was dann bei der 20-jährigen Konferenz ein neues Produkt kommt. Ein neuer Meilenstein in der Geschichte von Live-Health. Live-Health.